So, mal eine ganz kleine, kurze Figur, die komplizierter aussieht, als sie ist. Die Blenderfigur. Wie gesagt, es ist viel einfacher als ihr denkt. Ihr geht einfach mit dieser Hand hier rüber, taucht unten durch und wenn ihr hier hochtauchen wollt, lasst ihr die Hand los. Bitte drüber. Führe die Hand wieder an und seid wieder da. Also im Zeitlub, rück vor, ich bleibe stehen, tauch rein, raus. Und auch hier schaut, dass ihr ein bisschen freundlich guckt, um nicht zu sagen, die Dame anzuliehen. Das macht die Figur aus. Im normalen Tanzen, rück vor, die Stop-Zeit und dann bin ich wieder da. Okay.